Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 2205. Ja, wir sind wieder zurück. Wir haben die Stufe erreicht, wir sind endlich aufgestiegen. Jetzt schauen wir gleich mal an, wie viel die U-Bahn eigentlich uns Platz benötigt. Wir können jetzt endlich eine bauen, wenn wir das Geld haben. Ach, das ist gar nicht so riesig. Jetzt habe ich die viel größer in Erinnerung. Nö, das nicht unbedingt, aber okay, Mobilität. Ich hatte das Ding viel größer in Erinnerung, ganz ehrlich, ganz ehrlich. So. Ja, wirklich sehr attraktive Anwesen. Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt. Sehr schön. Der Witz ist natürlich, hier hinten braucht man sicher auch Mobilität. Sind die Mobilität? Na gut, die steigen sie erst auf. Wow, jetzt kommen die großen Kratzer. Ich habe mich nicht beschwert, oder? Ach du Scheiße, und die sind nur so... Oh je. Okay. Jetzt fangen die Pop... Oh, schau mal das Essen an. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Wir haben voll wenig Essen. Der Unternehmenswert... Was, wir haben schon viermal aufstieg? Ach du Scheiße, wie ging das jetzt denn plötzlich schnell? Ähm... Okay, wir brauchen Wasser. Ich habe die Karte geredet, ne? So. Jetzt muss ich jetzt schauen, wo ich Wasser noch herbekomme, ob wir noch was übrig haben irgendwo. Ich vermute es allerdings nicht wahrscheinlich. Da doch. Zu wenige Abdeckungen brauchen wir auch mehr Wasser. Also, mehr Wasser, nicht mehr Wasser. Also... Ach, ihr wisst, was ich meine. Wir brauchen Wasser, aber nicht also mehr. So, okay, dann müssen wir noch mehr Wasser vorab bauen. Also, ich merke schon, jetzt geht es echt ab hier. Was? Würde ich mich verarschen? Schon Stufe 20? Wie schnell ging das jetzt bitte schön? Äh... 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 Diamantenmine. Ich kann Diamantenmine bauen. Äh... echt? Achtung! Unter Versorgung mit Geschwistern. Okay, es waren wir jetzt ein Sportwesen. Okay, genug haben wir. So, was möchte der eigentlich hier von uns? Wir können das jetzt machen. Folgendes Drohensignal. Okay. Heißt, mit dem Schiff mal zur Drohne. So, die haben bestimmt auch welche Bedürfnisse bereits wieder. Kann das sein, dass wir... Okay, ne, ist gut. Sie sollten sich Zeit nehmen, sich wieder zusammen. Ähm, hallo? Übereiltes Handeln würde Ihnen nichts machen. Äh... hallo? Äh... 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 Ich komme gar nicht wieder her. Boah, die U-Bahn hat jetzt alles hier total umgerissen. Habt ihr das mitgekriegt jetzt? Eigentlich ist es gar abgegangen jetzt. Nur durch den Bau der U-Bahn haben wir jetzt so extrem jetzt... An Zuwachs gekriegt hier. In der Stadt. Boah, wir haben viel zu wenig Säfte auf einmal. Wir brauchen mehr Plantagen auch noch. Grenze reicht, okay. Okay. 4-2-Nig Säfte. Okay. Boah, das ist echt grad... äh... nicht mehr feierlich, ey. Wie viel Material wir brauchen. Gut, immerhin... Wir müssen grad einiges bauen hier. So. So. Jetzt habe ich genug. Wieder zu wenig. So. Nochmal ein bisschen... ach, schon wieder alles voll. Äh... ne, ne, ne. Fast auf Position. So. Setze ich da hin, weil es leider ein bisschen voll aussieht. Ich glaube, es reicht schon bereits. Wieder zu wenig Früchte. So. Wir haben zu wenig Wasser. Unglaublich. Wasser fehlt uns schon wieder. So. Ja, wir haben jetzt einige Sachen, die jetzt noch fehlen. Aber... ach, schau unser Geld an. Plus 34.000, ey. Ein gezockt, niemal gestoppt, ne. So, und ich habe vergessen, die Zeit zu stoppen. Dann riskiere ich jetzt mal den Schwenker nach draußen kurz. Okay, fünf Minuten haben wir bereits. Ich hoffe, die Aufnahme hat es... hat nicht geschadet gerade. So. Volle Kraft voraus. So, okay. Hier müssen... Frackteile sein, was ähnliches. Da ist was, okay. Sprengstoff, nicht Frackteile. War es jetzt alles hier? Scheiben wir sie zum anderen. Ja. Ich muss zum anderen jetzt. Sprengstoff, nicht Frackteile. War es jetzt alles hier? Ich muss zum anderen jetzt. Okay. So. So. Geh mal zum anderen. So. Was sagen die Leute hier? Es ist ein guter Tag. Umso besser, wo sie jetzt da sind. Umso besser, wo ich jetzt da bin. Okay. Also, wir brauchen mehr Spritzen. Wo machen wir die Spritzen hier? Okay, jetzt haben wir zu wenig Ideen, natürlich. Logischerweise. So. Okay. Noch mehr Spritzen. Wieder zu wenig von dem. Jetzt geht es gerade auf. Gerade. So. Dann haben wir zu wenig Industrialfood. Sag ich jetzt mal. Können wir das anbauen hier noch? Ihr könnt noch was anbauen, ne? Okay, jetzt ist zu wenig. Okay. Der muss um den ganzen... Um die ganze Isle rum. Okay. Die managert ihren Food. Unglaublich. So. Minus 11. Okay. Es fehlt denn was an Wein. Die Grenze reicht. Okay. Jetzt brauchen wir mehr Rinderfleisch. Rinderfleisch. Die Rinderfleisch ist optimal groß. Okay. Ja, ich werde wahrscheinlich die Rinderfleisch da um die Ecke bauen, ne? Rindsvieh. So. Mehr breit geht es hier nicht mehr. So. Jetzt brauchen wir noch mit den komischen Bohnen. Oh, ne. Jetzt habe ich da... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Jetzt habe ich hier so... größtmögliche Fläche... ... für Soja. Das ist doch eine Star-Satz. Das habe ich doch hier mal gesehen. Okay. Machen wir es so jetzt. Die Mutter rüber. So. Dann bauen wir hier nochmal eine Soja... äh... Kultur an. So, jetzt haben wir alles genug zur Zeit, bis auf die Anzüge. Die Banner hier hergestellt, ne? Jawohl. Okay, brauchen wir mehr von dem mit den Dinger, mehr Kristalle. Jetzt bringt die Sache endlich zu Ende. Ich muss schon sagen, es ist echt cool, wenn man auch die Ressourcen hat, einfach hier die Sachen ausbauen kann, ohne immer zu denken, ah, ich muss jetzt mal ein bisschen Upgrade haben. Was jetzt eigentlich endlich mal passt. Wenn es reicht. So, 27.000 machen wir zur Zeit. Wir sind ein bisschen runtergekommen wieder. Aber wir haben jetzt ziemlich viele Bedürfnisse abgedeckt. Wir schauen, die brauchen Informationen. Ja, ich sehe es ja. Informationstechnisch will ich wohl nichts verraten. Aber habe ich ja nichts gemacht, so. So. Und die haben alle kein U-Bahn-Verkehr. Das was ich gemeint habe. Oh je je je. Muss ich hier nochmal eine U-Bahn reinquetschen irgendwo? Die Liebsten hier. Ja. Ja. Danke, dass sie all das möglich macht. Ich muss sagen, unsere Bewohner schon wieder schlagkräftig steigen. Ja, machen sie auch. Die machen gerade auch 26.000 Bilanz. Okay, jetzt zählt zwar noch. Könnte schon besser sein. Okay, wie sieht es denn aus? So waren technisch. Okay, zur Zeit reicht es noch. Ich denke, wir werden gleich die nächste Stufe durchbrechen. Von dem her, dass wir hier jetzt eh nochmal ein Gebäude bauen können. Ja, die Bauten lassen wir mal so. Wo erst mal? Komm, die Bauten auch noch welche. So. Das müsste jetzt eigentlich reichen. Entschuldigung. Sie sind wahrscheinlich höheren Komfort gewohnt. So ein krasser Eif. Wenn ich mir denke, bei vorherigen Folge haben wir drei Levels gemacht in der Kürze. Okay. Und so schwierig ist damit, der Sonde um Sprengstoff zu empfinden. Da ist einer. Da ist einer. Sie sollten sich Zeit nehmen, sich wieder zu sammeln. Übereiltes Handeln würde Ihnen nichts bringen. Volle Kraft voraus. Haben wir noch einen? Nein. Und zum letzten. Im Gange. Und zum letzten. Start am. Okay, müssen wir vier finden. Wir haben bestimmt die einen verpasst. Ich bin froh, dass hier vier Stück sind. Wobei die Miene zeigt noch in diese Richtung jetzt. Roger. Na, wo ist noch was? Sehr schön. Bestätigt. Wir haben einen verpasst. Ich glaube, wir haben einen verpasst. Wir sind unterwegs. Im Gange. Wir haben einen verpasst. Wo? Wo haben wir die verpasst? Das war es beim ersten sogar. Ich hatte wohl nicht das Gefühl gehabt, die Zeit darüber. Wobei... Muss nichts zu Ihnen sein, nein, nicht beim Erz, irgendwo hier an der Küste. Oder? Scheiße, wer hat doch beim Erz verpasst. Irgendwo hier, in dem Fall. Okay, ja gut. Dürfen wir wieder rumfahren, in dem Fall. Die Motivation ist auf ein... Ich frage mich jetzt, wieso zum Beispiel die sich jetzt nicht entwickeln? Warum? Die haben doch alles. Oh, okay, Nahrung fehlt. Fehlter Nahrung. Und schon wenig mehr. Jetzt geht unsere Einnahme wieder rapid runter. Wir haben einen Umsatz von 32.000. Das ist ein guter Tag. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. So, ich überlege jetzt gerade. Wir können jetzt natürlich hier gleich mal eine Mobilitätszentrale einbauen. Dann haben wir das Problem gelöst. Dann ein... ein... Polizeirevier. Und ein Informationscenter. Auch gleich daneben. So, und dann eine Strasse und das Ganze verbinden. Jetzt können wir nämlich hier die Häuser bauen. Und die haben schon mal auf Garantie alles, was sie brauchen. Also... Kommunikation... Lebenstechnisch so. So, jetzt werden hier schon befördert. Weil die jetzt alles haben, was sie brauchen könnten. Wurde zu schauen. Jetzt war ich natürlich vorhin auf 34.000 oben. Bin jetzt auf 28.000 untergefallen. Ja gut. Die U-Bahn selber kostet 3.000. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich mit dem jetzt hier... entsprechend wieder Plus mache. In der Tat hoffe ich. Die Zeit werden ja immer schön befördert noch. So. So. So, ich denke, es werden auch... Jetzt wird wieder ein Bedürfnis fehlt. Ach du Scheiße. Wie essen die denn, ey? Nahrungsbedürfnis ist schon ganz unten wieder. Wasser auch. Oh, wieder mehr Wasser. Das hat nicht mal gereicht, okay. Da war nur eine Quelle. Die habe ich schon abge... Die habe ich schon abge... Ich habe schon angefangen. Ähm. Ach, da ist die Mine. Sie verstehen offensichtlich, dass Zeit gleich Geld ist. Ja, ja, hallo und so weiter. Nun sagen Sie mir schon, ob Sie den Auftrag annehmen. Okay, ich muss noch zwei Polizei mehr bauen. Für den Auftrag, den ich nicht annehmen soll. Ähm, hallo? Da will der einfach hier zwischendurch bauen. Unglaublich. So. Wasser technisch sieht es jetzt noch schlimmer aus davor. Warum? So, warte mal. Keinen Handelsweg. Ähm. Oh, oh. Unser Transporter sind überlastet. So. Okay, sehr gut. Jetzt brauchen wir wieder mehr Säfte. Wir brauchen mehr Früchte. Und das ist die alte Laie wieder. Mehr Säfte, mehr Früchte. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, ich habe es auch gemerkt. Schon wahnsinnig viel Ressourcen man braucht hier. So. Da habe ich mal genug Säfte, okay. Jetzt brauchen wir wieder Spritzen. Die war komplett ausgebaut, okay. Dann müssen wir für die Spritze wieder ein neues Gebäude bauen. Wir brauchen 5 haben wir. Ich brauche noch mehr Wasser. So, was haben wir? Was? Wir brauchen Energie? Okay, warte mal. Innen hatten wir noch ein Energiekraftwerk. Scheiße, ich brauche Energie. Ich brauche zu wenig Energie. Ich brauche zu wenig Energie. Bitte halten Sie sich dabei an unserer Richtlinie. Ja gut, dann muss ich wohl eine Zeit in Kraftwerk noch bauen, weil... Das geht schon noch weiter bis ich die Aufstattquest hier schon erledigt habe. So, okay. Bisschen was, jetzt mache ich das aber gleich alles hier voll. So, wir haben ja genug Energie vorerst. Dann werde ich die ganze Zeit wieder handeln müssen. So. Wir haben schon viel zu wenig Nahrung. Also das heißt, die Bevölkerung geht hoch. Wenn wir zu wenig Nahrung haben. Ist ja schon mal gut, dann wächst uns, äh, dann geteilt und wächst uns, äh... Zivilisation hier auch. Du kannst die Session. Du kannst die Zeit nehmen sich wieder zusammen. Über altes Handeln würde ihnen nichts bringen. Okay, wir haben zu wenig Algen. Algen war ja auch eine Ressource aus dem Meer, ne? Ja. Aber was haben wir jetzt noch? Das haben wir noch nicht alles ausgebaut. War das hier, oder? Ja. Okay. So war jetzt so gut. Ja, ich hätte gleich ausbauen können. Boah, das Schlimm ist, wir bauen uns hier wie doof aus. Und wir könnten uns schon die ganze Zeit auf anderen Gebieten auch ausbauen. Weil wir genug Ressourcen haben. Wir haben ja die vier Level-Ups gemacht. Was? Sieben oder so? Seit wir hier das letzte Mal weg sind oder eben nicht. Wir werden die Firma sein, die das Sonnensystem erobert. Ich bin mir ganz sicher. Ich frage mich jetzt, wieso der zum Beispiel hier nicht aufsteigt. Warum nicht? Wir sind ja alle zufrieden, vollkommen. Sie haben alles. Sie sterben. Oh, Neuroimplantate. Zu wenig. Was? Minus 21. Okay. Da haben wir die Folge eh schon total über... Überlänge haben. Machen wir jetzt hier einen Halt und wissen jetzt, was wir das nächste Mal machen müssen. Meine erste Million. Super. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Holden. Tschüss. Komm schon. aber nochmal zum nächsten Mal. Tschüss. Morgen zu Ende.